Begib dich in eine bequeme und entspannte Position. Schließe langsam deine Augen und atme tief ein und aus. Achte auf die Luft, die in deinen Körper hinein und herausströmt und wie sich dein Brustkorb hebt und senkt. Lass deinen Körper sich bei jedem Ein- und Ausatmen entspannen. Werde achtsam für Gottes Gegenwart. Hier und jetzt. Genieße das Gefühl, dass er dir nahe ist. Genieße das Gefühl, dass er dir nahe ist. Schau dir deine Gedanken an, als wärst du ein Beobachter aus der Ferne. Schau dir deine Gedanken an, als wärst du ein Beobachter aus der Ferne. Schau dir deine Gedanken an, als wärst du ein Beobachter aus der Ferne. Lass sie dahin ziehen und vertraue sie Gott an. Du kannst wieder nach Hause. Nimm noch einmal einen tiefen Atemzug und öffne langsam deine Augen. Gott segne dich an diesem Tag. Gott segne dich an diesem Tag.